Hey Luna, was machen wir jetzt? Ich würde sagen... Jetzt trinken wir noch eins, jetzt trinken wir noch eins Und dann gehen wir noch nicht nach Hause Der Chinesen-Scheiß Ja, das muss sein Drei Chinesen mit dem Fotoapparat Ah, ich... Mein Arm wirkt in letzter Zeit zu oft, ey, das ist voll eklig Mein Bein aus! Ich möchte unbedingt Dein Bein eitert ja auch ohne Unterlass Willst du mal nuggeln? Ja Ich bin an der Eiterblase aufgemacht Hoho Oh Mann, das ist eklig, ey Die armen Zuschauer, weil die übersteckten, denken ich auch nur... Wenn du nachher hast, hast du noch was anderes gesagt Ja, aber die Zuschauer, die wollen noch so was nicht hören Die denken sich, oh man, das ist ja ekelhaft Boah, wenn gibt's solche richtige Pädobirn Genital war's Misshandlung Ja Das ist so er-rodig Er-rodig? Er-rodig Soos Ey Slendy Unterlassen Sie dies Dankeschön Das ist ein Neroxianer Ich bin schon tot, was? Das kann doch nicht wahr sein, wie schnell Mann, ist ja doof Kicken Das ist ja langweilig Mann, ich war dennoch bei mir unsichtbar, wa? Können mich aber trotzdem nicht bewegen Doch ich Schatz hier Ja, das ging mir ein bisschen zu schnell Ja Ich folg dir einfach aus der Objektive Ist aber am flattesten Du bist halt so schnell und flatt und springst halt rum Wie so ein Hüpfchen Was ist mit ihm denn los? Steht da einfach mit dem Gang und kackt erstmal Ja Vielleicht ist Vielleicht ist verwirrt Nee, nee, ich hatte grad nur Licht aus und ich wollte im Licht bleiben Äh, ja, moin Ähm Mhm Ich geh dann auch schon wieder Äh, ich möchte nämlich nichts kaufen bei Ihnen Ach hier Moin Dave Also hier ist so ein Ja, moin Hast du uns gesehen? Weil er hat frische Brezeln Und Käsebrezeln Und mega Brezeln Nee Nee, nee, meine Mutter holt schon Brötchen, das reicht mir Aber Käsebrötchen Ich hatte jetzt voll Bock auf Käsebrötzeln, ohne Witz Nee, Käsebrötchen reichen Käsebrötzeln sind geile Jahre Hab ich schon nie gegessen Nee Du machst mir Hunger Ich hab heute eh nichts gegessen Außer das Nockergrat eben Boah, in meinem Ruhe kacken kann ich's hier Gut Dave, der will sich erstmal aufs Klo ordentlich entscheppeln Ja Während er kotet Ist also richtig erotisch Und dann kommt er auf seine eigenen Exkementen Mann, ich weiß nicht, was da los ist Holt ist irgendwie der Wurm drin Im Kinital Oh, der Wurm drin Schlechte Wortwahl Ja Hallo, Hand Ich geh wieder Mir ist einfach so die Hand im dunklen See, ey Hallo, lässt du mich machen? Das ist Mobbing Das ist kein Mobbing Das ist, das ist, das ist Guck mal Alter Er will doch nicht hier aufmachen Wenn du dran ziehst, bin irrer, dann lass das doch Nehm ich halt ne andere Tür, ist mir auch egal Alter Das ist scheiße Es ist so kacke Vor allem, ich mach doch nicht mal was, ey Oh, das ist so gemein Komm, lass den Arm da mal raus Alter Jetzt lass den Arm da mal raus Danke, dass du mir die Tür aufmachst Arschloch Ihhihihi Pass mal auf hier, du Ist das schön, ey Jede Menge Spaß Ja, das ist so geil Ne, da Wenn keine Tür mal rein, ist mir egal Guck, ey Guck, ey Das ist das, das ist so So unglücklich Da 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 so! Oh, schade Aber die beiden Türen links rechts, weißt du? Das wäre ganz cool Ich bin hier wieder in eine Tür rein. Er hat sich umguckt. Oh! Scheiße! Wollt ihr ein Abhängungsmanöver, ja? Ja, ne? Ganz ehrlich, ihr lacht euch einab und ich weiß nicht worum es geht, das ist so gemein. Das kannst du im Video dann sehen, guckst du das Video an, dann weißt du. Naja, aktiver Zuschauer guckt immer. Natürlich. So? Man denkt dran, schien den Adblocker ausmachen. Absehe, das Lender steht da so einfach so hier drin. Du hast deine Ruhe, ich muss hier kämpfen, dass die Türen irgendwie aufgehen. Ja. Danke schön, also, ähm. Wir gehen, ich hab gehört, wir gehen wieder. Ja, ich, ja. Oh, wir sind am Anfang, super. Ich frag mich sowieso, was machen denn eigentlich alte Männer mit nem Fotoapparat allein im So? Fuck! Das war gut, was? Ich wechsel mal auf Daves Ansicht. Ich seh grad nix. Doch, da ist ein alter Mann mit nem Fotoapparat. Die kämpfen doch mit der Tür grade. Ich geh dann mal wieder. Nein, nein. Wie es aber leuchtet, wenn man durch die Tür geht, ey. Also aus Spectator-Sicht sieht das immer sehr, sehr skurril aus. Oh man, ey. Das ist heute der Doorfight, ohne Witz. Ähm, ja, da ist der Wurm drin. Das lässt mich halt da durch. So. Alter, geh weg. Ich hab noch eine Seite. Ich geh wieder auf Slendy. Das lehne hat immer die geilste Ansicht. Da sieht man immer so viel. Vor allem ist er so schön schnell. Alter, schrappel. 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 fidelityob. Oh, der seidelt. Ja, alea. Leave me alone! Eröffel. Leave Britney alone! Lasst nicht nur noch unten au Porf puisqu'r. La understand. ấy BrittPitt in der 하는 way. Ja. Ja, Brad Pitt. Britney und Brad Pitt ist so fast das gleiche. Alter! Die ist wieder. Das wird heute nix, ey. Was ein... Someone sees you durch die Tür durch. Guck mal die Kamera, wie die da durchlinzt. Guckuck! Und die, weißt du mal, die Tür wischt einfach mal so die Leiche weg. Oh, das ist so scheiße, ey, Leute, ist das kacke. Komm, ne Runde geht noch. Wer ist jetzt? Ja, ne Runde geht noch. Ich kann Dave nicht rechnen. Ich kann Dave nicht rechnen, Alter. Ich freu mich, wenn der Orgasmus selber kommt dabei. Boah, der kriegt voll Latte. Da wird der Dave richtig spitz wie ein lachbares Lumpi. Muss er nicht durch ne Tür gehen. Ey, das bin ich. Ich kann doch nix dafür, wenn der was gemeint zu dir war. Lass mich in Ruhe. Leave Britney alone. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt grad los war, aber... Ey. Da hat mich grad einer mit Tentakeln ordentlich gefistet. Moinsen. Aber richtig hart war. Die Tür, die soll aufbleiben. Rektal Tentakelfist, sag ich dir. Wo? Aber es kam gar kein Soundeffekt, ist ja voll lame. Moinsen. Die sind voll langweilig. Erstmal. Die erschrecken sich gar nicht. Nein, ist okay. Ja, nein. Das ist mein Problem. Wenn ich mich erstrecke... Das ist allgemein. Wenn man Slender zu lange spielt, dann ist das irgendwie... Oder zu oft, dann leiert das irgendwann aus. Dann braucht man auch mal ne richtige Spiele. Das einzige Slender, was ich wirklich gespielt hatte, war Slender Space. Und das ist wirklich Crank. Slender Space ist echt krass. Ja, das ist wirklich krasser Scheiß. Hi! Moinsen. Da läuft der, äh... Ja. Mobber. Da läuft der, äh, Dings, ähm... Läuft der Slender ja auch auf dich zu und alles. Und das ist echt hammer. Och man ey. Ich erschrecke mich mehr von den alten Säcken als... Also ich bin das ja nicht, aber okay. Ich hab nur den Griff die ganze Zeit sicher. Weißt du? Der sieht so süß aus. Ey, das kriegt man nicht drauf. Ja, meine auch, aber da ist Slender. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Slender sieht man ja im Dunkeln. Er leuchtet wie so ne Glühbirne. Ja. Ja. Hürensohn aufgehen. Ich bin ne Türöffner. Hü-Hürensohn? Hü-Hürensohn? Hü-Hürensohn aufgehen? Ich hab grad Hürensohn verstanden. Moinsen. Was ist das? Einfach was hülsicher? Also die Seite... Hürensohn? Die Seite ist, äh, wieder da. Also die Bugsseite. Toll. Moin. Da können wir's jetzt nicht schaffen, schade. Ja. Weiß drauf. Wir werden eh jetzt gleich sterben, aber jedenfalls ich. Moin. Na du sexy Popo, du? Na? Bock auf ne Runde, ordentlich Rape. Mit den Oberständer. Man. Könnt ihr eigentlich schon von meinem Bett? Komm her. Daniel, komm in mein Bett. Oho. Wo? Wo? Wtf? Da, an der Ecke. Alter! Warte! Wow, die sieht man echt voll schlecht. Okay. Wollen wir dich jemandem auf die Matratze begeben? Hier an der Ecke? Ja, aber mir... Ich hab grad mal das Licht gedämmt. Für uns zwei. Oh, komm her. Aui. Seh dich grad noch nicht. Ich bin blind. Oh, da. Hinter dir ist dein Vater. Oh, Daddy! Scheiß drauf. Wann ist das schlecht? Es ist heute einfach ne Trolling-Runde ohne Witz. Es ist also... Aber wie es mit den Türen anfängt. Jetzt bin ich schon wieder Slendy oder was? Hm? Na komm, wir machen uns mal hier ganz schnell noch die eine Slendy-Runde und dann geht das los. Junge, block nicht! Lärft. So, ich block hier auch mal bitte nicht. Ich kann nicht nach vorn, ich kann nicht nach hinten. Wo macht ihr denn? Ey, ich will hier raus! So, komm mal weg, ihr Light, man. Geronimo! Ich will hier raus! Lass mich raus! Hier steht zwischen den Türangeln und von beiden Seiten wollen sie mich. Oh. 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 Du hast mir nur... Du schattierdrasch. Warum, Sam? Warum seh ich dich durch die Tür? Hi! Ich denke ey. Wuch! Wass denn? Guckuck! Oh manu, ich wollte mich grad wegdrehen und... Oh, wie die Tür! Ich steck in der Tür fest! Hilfe! Jetzt geht's! Nein! Ich kann mich nicht gewählen! Da musst du manchmal ein bisschen springen. Ich... Oh! Ich steck in der Tür fest, Mann! Ich hab geholfen. Fuck! Das war so gut ey! Wer ist nächst gestorben? Ja, ich hab extra fertig die Tür aufgemacht. Awww, das nennt man Liebe. Boah! Das war er jetzt auch, das war er jetzt auch. Der fährt erstmal an zwei Seiten vorbei. So, egal. Fertig, Leute! Das war's dann mit der schnellsten Runde der Welt. Okay, der Part ist aber jetzt auch zu Ende, würde ich sagen. Wir sehen uns dann, liebe Leute, beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wer nicht, dann lasst uns gerne Kritik da. Ansonsten steckt euch einen Löffel in den Hintern und spielt Biba oder sonst was. Dave, Dave, das war's zum Sonntag. Penetrantes Arschwasser. Oh, geil! Oh yeah! Tschüss! Tschüss! Tschüss!